ja hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar möchte ich heute mit euch sagen wir ein last minute weihnachtsgeschenk oder einfach ein dekoglas oder einfach ein glas gestalten so ich habe euch mal ein bisschen weiter weg gepackt ja ich möchte mit euch ein glas gestalten und zwar wie ihr schon seht mit washi tape wir alle haben ja eine riesige sammlung und ich habe mir dann überlegen was fange ich denn damit an ja und die idee mit den gläsern ganz nett ich habe auch schon welche gemacht um euch das mal zu zeigen also hier habe ich dann halt mit washi tape gearbeitet hier habe ich mit dekodem gearbeitet und alles ein bisschen beglitzert sieht man jetzt schlecht auf jeden fall habe ich hier mit schwarzen und blauen glitzer gearbeitet und das wird ein lichtglas also ich gebe noch eine lichterkette da rein aber da ich das heute morgen erst gemacht habe ist das noch ein bisschen nass und ja das zeige ich euch dann bei den anderen gläsern ja dann habe ich einmal dieses glas und einmal dieses glas hier habe ich dann gelb beglitzert und dann habe ich hier mal ein kleines glas gemacht mit bling bling steinen und da habe ich den deckel dann einfach mit dem washi tape beklebt finde ich auch ganz nett also wie gesagt man könnte es als last minute weihnachtsgeschenk benutzen man kann es aber auch einfach zur aufbewahrung von unserem ganzen bastelkram oder wie auch immer zur deko einfach so benutzen also ich fand die idee ganz süß und so bekommt man dann halt auch mal ein bisschen von dem washi tape verarbeitet so ihr lieben dann möchte ich heute euch zeigen wie ich das gemacht habe ist ja nichts besonderes aber ich würde dann gerne mit euch zusammen diese beiden gläser gestalten die haben auch einen deckel den habe ich aber schon vorbereitet den zeige ich euch dann gleich wir werden jetzt erstmal passendes washi raussuchen und dann starten wir mal was brauchen wir klar washi tape ich habe mich jetzt einmal für gold und einmal für silber entschieden ja die haben wir ja fast alle in verschiedenen stärken zu hause in verschiedenen farben und formen und ja was es da halt alles so gibt so ich habe mich jetzt für diese entschieden ein glas in silber ein glas in gold und dazu dann halt passend den deckel aber wie gesagt den habe ich schon vorbereitet den zeige ich euch dann am ende des videos ich hoffe dass er bis dahin getrocknet ist so ja und ich würde sagen ja was brauchen wir noch sorry also ich habe mir noch eine schere zurecht gelegt und ja halt eine lichterkette ich habe so eine drahtlichterkette genommen mit mit batteriefach dann später in das glas und ich würde sagen ja wir starten dann jetzt einfach mal und dann einfach mal hier mit diesem an gerne erstmal in der mitte ich fange immer an so einer naht an das breite washi kleben also wie gesagt es ist jetzt nichts schweres es ist halt nur eine idee von mir das ist mir gestern so eingefallen als ich dann so überlegt habe ich habe nach washi tape geguckt und dann habe ich überlegt ja was machst du eigentlich mit deinen ganzen washi tapes so versuchen das ein bisschen schön gerade zu kleben klappt nicht immer einfach schön abschneiden kommt natürlich auch darauf an wenn das glas jetzt schon ein bisschen konig ist dann lässt sich das washi natürlich auch nicht ganz gerade kleben so und dann würde ich noch mit den anderen wenn man dann arbeiten ja und wenn man schon mal so falten hat ich finde das macht gar nichts kann man entweder noch ein bisschen glatt reiben oder ja also mich stören die nicht ich denke man kann das auch mit diesem motiv klebe bänder machen diese glänzenden damit wird es wahrscheinlich auch gehen aber ich habe jetzt hier noch diese weihnachts washi's und diese washi's ich glaube die waren von tedi oder von aldi äh ne aldi glückseid also ich glaube die weihnachts washi's die waren wirklich von aldi da nehme ich dann doch das dünne weil moment dann nehme ich dieses hier weil das eine zu breit ist das klebt dann so um die ecke hier oben und das sieht dann nicht so schön aus nehme ich dann dieses hier das passt da genau drauf das ist gut also diese hier waren von aldi und die anderen die ich für die anderen gläser benutzt habe die waren halt von tedi und von action aber genau ja weiß ich jetzt auch nicht mehr da gibt es so viele verschiedene und ich bin auch also ich kann nicht dran vorbeigehen wenn es irgendwo washi's gibt die muss ich dann halt kaufen muss man ja haben könnte man ja irgendwann mal gebrauchen und ich habe mir jetzt gedacht so und jetzt gucken wir doch mal was wir damit zu anfangen hab dann noch so ein paar ideen werde euch dann wahrscheinlich in mehreren videos dann mal zeigen dass ich so mit meinen washi's dann angefangen habe so das sieht doch schon ganz nett aus finde ich so jetzt könnt ihr entweder das hier so lassen also dieses übergeklebte ich werde das so lassen ich finde das nämlich gar nicht schlimm oder ihr schneidet einfach mit dem cutter hier runter und ja klebt das dann einfach nehmt die hälften ab und klebt das dann gerade aber ich werde das jetzt so lassen mich stört das nicht ich finde das ganz schick so und dann nehmen wir uns mal das nächste glas das machen wir dann in silber wir so so mein so so ich ich glaube das gefällt mir auch ganz gut, aber erst nehme ich das genau, bisschen mehr kontrast ja wie gesagt ihr seht ja selber das ist eigentlich ruckzuck gemacht und nichts besonderes aber ich finde es ganz nett und so als kleines mitbringsel zu weihnachten mit einer kleinen lichterkette drin wenn man keinen deckel zu dem glas hat kann man auch ein teelicht rein stellen oder ein elektrisches teelicht rein stellen das sieht bestimmt auch ganz schön aus man könnte das jetzt auch schon so lassen wie das jetzt ist so als dekoglas aber ich arbeite hier noch mit den anderen waschis und versuche das ganze glas einzukleben wird schöner aber wie gesagt da ist wie immer eure fantasie natürlich keine grenze gesetzt ich hoffe ich tanze hier nicht aus dem bild muss ein bisschen unter der kamera arbeiten ich versuche halt dass die naht hier ziemlich an der gleichen stelle ist und nicht kreuz und quer das sieht dann doch nicht so schön aus so kann man die naht einfach nach hinten drehen und dann ja das geht gar nicht auf so das gefällt mir doch schon ganz gut ich denke dann setze ich hier das hin weil mir das von der farbe ganz gut gefällt und da einfach ein bisschen farbe ins spiel kommt finde ich das hier ganz schön das passt auch noch ganz gut dazu ich bin ich bin wie ihr seht, seht ihr nichts, ja, sorry, 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 so, ja, das gefällt mir doch auch, ja, wie ihr seht, habe ich in kurzer zeit zwei gläser gestaltet, die könnt ihr jetzt natürlich, wie gesagt, nutzen, wie ihr wollt, ich würde jetzt ein teelicht reinpacken, ich finde das sieht wirklich richtig schick aus, ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennt, also ich finde das mit der Lichterkette ganz süß, diese wird man natürlich dann nur zu Weihnachten als Deko hinstellen, aber, ja, ich finde die ganz nett, die anderen kann man ja auch so benutzen, ja, so, das sind diese und dann schauen wir jetzt mal nach dem Deckel der Gläser, also nach den Deckeln, ob die schon trocken sind und dann zeige ich euch mal, wie ich diese gestaltet habe, ja, ich habe mir dann mal meine Deckel geholt, wie ihr seht, die habe ich einfach mit weißer Acrylfarbe bemalt und beglitzert, einmal in Silber, einmal im Gold, ja, ich habe hier jetzt ein bisschen verwischt, weil der Deckel war noch nicht ganz trocken, aber ich wollte ihn euch zeigen, das bessere ich natürlich gleich noch ein bisschen aus, und meine Finger sind auch noch nicht ganz sauber, ja, auf jeden Fall habe ich den dann einfach weiß angemalt und beglitzert und hier habe ich dann nochmal mit einem schmalen Worschi den Rand beklebt, ja, so dass das dann alles zusammenpasst und ich finde das ganz nett, das ist hier halt alles noch nicht ganz trocken, das bessere ich dann gleich nochmal aus, wenn der Deckel ganz trocken ist, dann, ja, dann sieht das, glaube ich, auch ganz süß aus. Ja, bei dem Silbernen habe ich das genauso gemacht, da habe ich auch den Deckel mit weißer Acrylfarbe bemalt und Silber beglitzert, ja, da sieht man den Rand auch, wie gesagt, ich habe ein bisschen gematscht, weil die Farbe noch nicht ganz trocken war, da habe ich dann auch nochmal ein schmales Worschi draufgeklebt und ja, wie gesagt, also ich finde das ganz süß, jetzt einfach nur als Aufbewahrung oder als kleines Geschenk, als kleines mitbringst du jetzt noch zu Weihnachten oder, ja, mir gefallen die Gläser ganz gut und sind schnell gemacht und ich finde, ja, die machen doch schon was her. Wie gesagt, bei mir werden das Lichtergläser, da kommt eine Lichterkette rein, ja, und das war es dann auch schon. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und ich habe euch auf eine Idee gebracht, wie ihr dann mal eure Worschis verarbeiten könnt, wenn ihr das denn wollt, ich weiß ja, viele sammeln diese Bänder einfach nur und wollen die gar nicht verarbeiten, aber ich habe gedacht, ich verarbeite meine jetzt mal ein bisschen und ja, ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen und ich sage dann einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.